Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy & Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so sehr, dass du da bist, wir hier wieder Zeit miteinander verbringen können und ich habe heute einen so wundervollen Interviewgast, mit dem ich ein so schönes, inspirierendes, lustiges Gespräch hatte und zwar ist es Jochen Schropp und viele von euch kennen Jochen bestimmt, er ist TV-Moderator, er ist Schauspieler, er ist Autor, er ist Podcaster, er ist Aktivist, er ist unter anderem Autor von dem Buch Queer as Fuck, Selbstbestimmung, Sichtbarkeit und warum ihr nicht so tolerant seid, wie ihr denkt und Jochen hat sich selbst vor mehreren Jahren geoutet und in diesem Gespräch spreche ich mit Jochen unter anderem darüber, wie die Erwartungshaltung oder wie wir anders auf Erwartungshaltung von außen begegnen können und wie wir uns davon auch distanzieren können, wie man sich abgrenzen kann, wie man sich selber freier machen kann für das eigene Leben, welche Lebensqualität du gewinnst, wenn du anfängst, dein wahres Ich zu leben, denn wir verlieren so wahnsinnig viel Energie, wenn wir nicht das leben, wer wir wirklich sind und warum Scham eine so häufige emotionale Blockade ist und wie du damit umgehen kannst, was dich beim Outing stärken kann, falls das für dich auch ein Thema ist, weshalb du dir immer bei egal welcher Entscheidung im Leben einfach die Zeit nimmst, die du dafür brauchst und wie du mehr zu dir selber finden kannst und ja, wie gesagt, das Gespräch mit Jochen war einfach unglaublich schön, inspirierend, nah, echt und ich hoffe, dass du ganz viel daraus für dich mitnehmen kannst. Wie immer, teile es natürlich unendlich gerne weiter, wenn es dir geholfen hat und ich freue mich auch immer, wenn du danach bei Instagram vorbeischaust und ja, unter dem Post von heute deine Gedanken zu der Folge da lässt, was dir dabei geholfen hat, was deine größte Erkenntnis gewesen ist und ich freue mich dann immer sehr über den Austausch dort und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, heute einen so inspirierenden, tollen Interviewgast hier im Podcast zu haben, Jochen Schropp, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Vielen Dank, da fühlt man sich doch gleich richtig schön in die Arme genommen, auch wenn man sich eigentlich nur sieht und du tausende Kilometer von mir entfernt sitzt. So sollte es dich auch anfühlen, es ist also so von Herz zu Herz. Wie geht es dir gerade? Du bist gerade wiedergekommen aus Südafrika, wieder zurück in Deutschland. Wir haben Februar. Wie fühlst du dich? Was ist gerade in deinem Leben los? Nimm uns gerne mal mit, einfach so in dein Status quo, sage ich mal. Ja, also ich bin ja eigentlich jeden Winter in Südafrika, weil ich da mittlerweile schon seit zehn Jahren hinreise, viele Freunde habe, ich habe mir vor fünf Jahren ein kleines Häuschen dort gekauft und normalerweise geht es mir dann immer irgendwann so, wenn dann wieder so ein bisschen der Arbeitsrhythmus in Deutschland anfängt, Anfang Januar, dass ich dann auch wieder zurück möchte und voller Tatendrang bin und da ich aber diesmal weiß, dass ich eben relativ viel vorhabe in diesem Jahr, wollte ich eigentlich gar nicht mehr gehen und ich habe so viele tolle neue Menschen dieses Mal kennengelernt, dass mich diese Stadt oder auch einfach dieses Land und diese Zeit wieder so inspiriert hat. Dass ich ja so ein bisschen wehmütig auch auf die Zeit gucke, weil ich halt jetzt wieder hier im Trott bin, aber ich muss auch sagen, wenn man dann mal wieder anfängt zu arbeiten und schöne Projekte hat, liebe ich das auch sehr. Also ich bin normalerweise auch kein Frühaufsteher. Wir können vielleicht den Zuhörenden sagen, dass es bei dir gerade 16 Uhr ist, bei mir ist es kurz nach 10. Normalerweise mache ich keine Podcastaufnahmen um diese Zeit, weil ich mir den Morgen eigentlich immer so ein bisschen freinehme und vor elf eigentlich keine Termine mache. Aber im Moment bin ich einfach wahnsinnig inspiriert, auch zu arbeiten und loszulegen und das ist irgendwie auch ganz schön. Ich muss aber auch sagen, die Sonne scheint wieder in Berlin. Ich habe gehört, dass es die letzten Wochen und Monate anders war und ich glaube, dass es vielen, vielen Menschen in dieser Winterzeit doch sehr aufs Gemüt schlägt. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, wenn man reist, also deswegen liebe ich es auch so sehr zu reisen. Ich finde, Reisen schenken uns immer so viel. Also gefühlt, ich liebe diesen Moment, wenn am Flughafen sich die Türen öffnen und man da durchgeht und ich weiß, wenn ich wieder zurückgehe und die Türen sich wieder öffnen, irgendwas wird in mir passiert sein. Ich bin nicht mehr der gleiche Mensch, der durch die gleiche Tür zurückgeht. Was würdest du sagen, Jochen, als du jetzt nach Kapstadt geflogen bist, sich die Türen geöffnet haben, wer ist da rausgegangen und als welcher Jochen bist du wieder zurückgekommen? Es ist ein Jochen durch die Tür gegangen, der auf jeden Fall ein sehr stressiges Jahr hatte, der gestresst zum Flughafen gefahren ist, gehofft hat, dass alles glatt geht. Der Flug wurde nämlich einmal annulliert. Das heißt, ich habe einfach auch gehofft, dass ich jetzt endlich weg kann. Und ich hatte, glaube ich, noch ganz, ganz viele Dinge im Kopf, die noch erledigt werden müssen. Und dann ist es bei mir auch immer wieder so, dass wenn ich nach Kapstadt reise, dass ich natürlich auch immer hoffe, dass ich wieder eine gute Zeit habe, dass ich wieder mich mit der Stadt verbinde, da ich ja eben auch ein Zuhause dort habe. Und zurückgekommen bin ich als jemand, wo alles quasi in Erfüllung gegangen ist, was er sich von dieser Zeit versprochen hat. Und noch ganz viel mehr, der viele tolle Menschen, inspirierende Menschen kennengelernt hat, der selber auch so ein bisschen zu sich gefunden hat, der Hürden genommen hat oder beziehungsweise Entscheidungen getroffen hat, die er vielleicht vor dem Urlaub so nicht getroffen hätte. Und das heißt, ich habe mich weiterentwickelt. Und das ist irgendwie immer das Schönste, wenn man merkt, hey, ich habe nochmal einen anderen Blick auf mich und vor allem auch einen sanftwürdigen Blick auf mich. Spannend. Was würdest du sagen, war eine Entscheidung, die du getroffen hast, die du so vorher vielleicht nicht getroffen hättest? Ich bin in Kapstadt ein sehr viel sozialerer, also beziehungsweise geselligerer Mensch. Also ich bin generell ein geselliger Mensch. Aber ich habe das Gefühl, dass ich hier zu Hause immer so viele Sachen habe, die irgendwie koordiniert werden müssen, die gemacht werden müssen. Dass ich hier natürlich auch Arbeit habe, die mir einfach sehr viel Kraft raubt. Also ich bin natürlich auch als Schauspieler und Moderator immer mit Menschen umgeben. Ich muss immer sprechen. Ich muss mich konzentrieren. Ich habe keine Arbeit, die einfach nur vielleicht mit den Händen getätigt wird, sondern es muss halt immer nachgedacht werden und geguckt werden, was sage ich jetzt und ist es das Richtige, was ich sage? Oder sollte ich das vielleicht lieber nicht sagen? Und in Kapstadt kann ich einfach loslassen. Und da kann ich auch fünf Tage die Woche mich mit Leuten treffen und abends essen gehen. Und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass mir Kraft genommen wird. Das heißt, ich habe, glaube ich, auch dort immer das Gefühl, dass ich Sachen mache, für die ich während des Jahres keine Zeit habe hier in Deutschland. Also ich hole Sachen nach oder ich arbeite für mich vor, dass ich wieder gut durchs nächste Jahr komme. Du hast vorhin gesagt, du bist super inspiriert, zurückzukommen. Bei dir liegt ein Jahr mit ganz viel Arbeit im positiven Sinne, ganz vielen Projekten. Worauf freust du dich am meisten? Was ist das, was dich gerade inspiriert? Oh Gott, so viel. Ich finde das dann immer so ein bisschen schwierig, wenn man natürlich dann über Arbeit spricht. Aber ich habe an einer Kollektion gearbeitet mit einer Firma, die kommt jetzt endlich nächste Woche raus. Und das waren jetzt sehr, sehr viele Monate, wo wir immer wieder in Kontakt waren. Und ich kenne aber natürlich die Designs schon sehr, sehr lange. Und jetzt kommt es endlich raus. Für mich ist es fast schon so ein bisschen so, wie wenn man manchmal einen Film dreht, der dann nach anderthalb Jahren rauskommt. Und man denkt, oh Gott, das ist jetzt schon so lange her. Und jetzt werben sie das alte Ding wieder auf. Aber natürlich ist das was, was ich gerade total aufregend finde. Und was für mich jetzt natürlich das Größte ist, dass ich eine tägliche Sendung moderiere. Das habe ich ja beim Frühstücksfernsehen hier und da auch gemacht. Aber das war eben nicht mein Baby, sondern da kommt man in eine Sendung, die seit Jahren sehr, sehr erfolgreich läuft. Und jetzt darf ich ja zusammen mit Blümchen, mit Jasmin Wagner den Nachmittag bespielen. Und auch mit ihr habe ich jetzt einen Menschen kennengelernt, die ich so in der Öffentlichkeit ganz anders wahrgenommen habe, die sehr authentisch ist, die sehr bei sich ist, die sehr wohlwollend auf alles blickt, von der ich mir auch sehr viel abgucken kann. Weil ich vielleicht dann auch manchmal zu schnell auf, nicht aufgebe, aber vielleicht frustriert bin. Und dann, während sie bei manchen Sachen, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, dann einfach sagt, aber guck dir mal die Lernkurve an. Das hat sie irgendwann zu mir gesagt, als wir geprobt haben und einfach alles schief lief und echt für mich irgendwie so eine riesen Wolke über dem Kopf hing und ich dachte so, wie sollen wir das alles schaffen, wenn wir in einem täglichen Live-Betrieb sind? Und sie war einfach so, aber guck mal, es liebt doch schon viel besser als gestern. Und darauf freue ich mich, dass ich jetzt mit so einer Person quasi in so eine neue Sendung starten kann, weil ich glaube, dass wir uns ganz viel mitgeben können. Und das finde ich eigentlich das Schönste. Also da geht es nicht um den Job selber, sondern um die Menschen, mit denen ich ihn machen darf. Megaschön. Wenn du zurückblickst auf die, also wir haben jetzt gerade 2023, Februar 20, die kommen immer komplett durcheinander mit den Jahren, wir haben Februar 2023. Wenn du zurückblickst auf die letzten, sagen wir mal, fünf Jahre, was würdest du sagen, waren deine größten Meilensteine oder die Momente, die dich am meisten zu dir selbst zurückgebracht haben? Die Liebe? Also eigentlich die Liebe, weil ich kenne meinen Mann jetzt seit ungefähr fünf Jahren, ein bisschen länger. Wir haben letztes Jahr geheiratet, also sich auch für jemanden zu entscheiden. Ich habe, glaube ich, nie mehr darüber Gedanken gemacht, dass ich jemals heiraten werde. Das stand überhaupt nicht zur Debatte. Und dann jemanden kennenzulernen, mit dem man sich das vorstellen kann, der sich für mich entschieden hat und ich mich für ihn. Und trotzdem aber bereit ist, auch ein sehr freies und unkonventionelles Eheleben zu führen. Das ist irgendwie total schön. Und ich merke halt immer wieder, also Norman ist sehr behütet aufgewachsen, hat sehr viel Liebe bekommen von seinen Eltern. Und ich habe zwar auch sehr viel Liebe von meinen Eltern bekommen und hatte auch eine schöne Kindheit. Trotzdem habe ich hier und da auch ein schwieriges Verhältnis mit meiner Mutter. Und ich habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, ich kämpfe eh für mich alleine. Also wenn es irgendwann richtig schwierig wird, dann bin ich derjenige, der sich auf mich verlassen kann. Und ich kann mich auf niemand anderen verlassen. Leider habe ich auch dieses Gedankengut immer noch hier und da. Und Norman hat mir, glaube ich, in den letzten fünf Jahren einfach gezeigt, dass das nicht so sein muss, sondern dass er für mich da ist und dass er sich eben auch für mich entschieden hat, wenn es mal schlechte Zeiten gibt. Und das war, glaube ich, somit das Schönste. Das resoniert gerade wahnsinnig mit mir. Ich kenne das so gut, dieses wirklich dieses, am Ende werde ich auf mich selbst zurückgeworfen so. Und dass man immer noch so ein bisschen so diesen leichten Schutz, diese leichte Schutzmauer ist noch da, wo man sich dann doch hinter verziehen kann. Und es ist so schön, jemanden dann zu finden, finde ich, der es schafft, mit einem zusammen über diese Mauer zu gehen und immer wieder die Tür aufzumachen und zu sagen, ey, du kannst auch wieder mit mir nach vorne kommen. Was würdest du sagen, wie hat er das geschafft? Also was sind Momente gewesen, wo du dich eigentlich hättest zurückziehen wollen, aber wo er es geschafft hat, dich wieder zurückzuholen? Ja, also ich glaube, im Endeffekt hat er mich erst mal sein lassen. Also er akzeptiert mich halt so, wie ich bin. Und ich möchte nicht sagen, dass das meine ehemaligen Partner nicht getan haben. Aber ich glaube, da war schon hier und da oft ein Konkurrenzkampf unterschwellig vielleicht. Also ich als Person des öffentlichen Lebens, wie kann man da als Partner mithalten, obwohl ich mich darüber eigentlich überhaupt nicht definiere. Dann natürlich die Definition auch von deren Familien. Also keine Ahnung, ob ich dann jetzt der Partner bin, der vielleicht sechs oder acht Jahre älter ist. Wollen wir das für unseren Sohn, dass er einen älteren Partner hat? Was wollen wir für unseren Sohn, dass er einen Partner hat, der in der Öffentlichkeit steht? Was bedeutet das für ihn? Ich habe mich ja auch geoutet in den letzten fünf Jahren öffentlich. Das hätte ich wahrscheinlich auch nicht gemacht ohne Normenshilfe, weil er einfach gesagt hat, das ist der richtige Weg und ich unterstütze dich da und ich bin für dich da. Und er hat eben immer lösungsorientiert nach vorne geguckt oder immer quasi auch geguckt, optimistisch in die Zukunft geguckt. Welchen Vorteil wirst du für dich davon haben, wenn du dich outest? Du wirst mehr bei dir sein, du wirst glücklicher sein, du wirst freier sein und eben nicht dieses Oh, wenn du dich outest, was könnte da alles Schlimmes passieren? Und natürlich habe ich mit dem Gedanken schon davor gespielt und das sicherlich auch schon mit anderen Partnern besprochen, aber dann einen Partner an der Seite zu haben, wo man einfach weiß, okay, mit dem möchte ich den Schritt gehen und der unterstützt mich hundert Prozent, das hatte ich vorher, glaube ich, so noch nicht. Ich finde es gerade total spannend, was du sagst. Oder als Frage formuliert, würdest du sagen, dass vor deinem jetzigen Mann auch dein Umfeld eher die Tendenz hatte, dich darin zu bestärken, dich nicht zu outen? Also würdest du sagen, so der unterschwellige O-Ton war immer eher so, mach's lieber nicht? Das kann ich so nicht sagen. Also es gab natürlich Menschen, die gesagt haben, mach's lieber nicht. Das war natürlich auch noch eine andere Zeit. Also wir haben für alle, die davon noch nichts mitbekommen haben, wir haben ein Manifest quasi unterschrieben, 185 SchauspielerInnen vor zwei Jahren mittlerweile, Act Out heißt das, wo eben 185 Menschen gesagt haben, wir sind queer und das gab's vorher in der Branche halt einfach auch nicht. Also wenn überhaupt, wurde man ja früher, da sag ich jetzt auch noch in den 90er Jahren und vielleicht auch noch Anfang der 2000er, wurde man teilweise zwangsgeoutet und es gab eben nur sehr, sehr wenige Menschen, die überhaupt in der Öffentlichkeit standen, die zu ihrer Homosexualität oder zu ihrer Queerness eben öffentlich Bezug genommen haben und dementsprechend gab es wenige Vorbilder. Und jetzt einfach so als Gruppe, es sind ja mittlerweile noch sehr, sehr viel mehr Menschen dazu gekommen, aber jetzt als Gruppe quasi zu sagen, uns gibt es auch und wir möchten aufgrund unserer sexuellen Identität oder Orientierung keine Scham mehr empfinden und vor allem nicht mehr benachteiligt sein im Job, das gab es eben so noch nicht. Und das hat, glaube ich, ganz, ganz viel losgetreten in den letzten Jahren. Also gerade in den letzten fünf Jahren, was da alles passiert ist, unfassbar, wie schön. Ja, es ist so schön, es ist so schön, es ist auch so überfällig, also davon ganz, ganz abgesehen. Zwei Fragen. Das eine Thema, wo ich gleich gerne drauf eingehen würde, ist das ganze Thema Scham, weil ich glaube, auch unabhängig, ob man homosexuell ist oder nicht. Ich glaube, Scham ist einfach ein Gefühl, was so viele Menschen kennen und was einen so hemmt. Scham ist ja einfach die größte emotionale Blockade eigentlich, die wir haben können wahrscheinlich, die uns so zurückhält, uns so zu zeigen, wie wir wirklich sind. Lass uns damit anfangen, lass uns über Scham sprechen und dann komme ich danach nochmal zu der anderen Frage zurück. Was hat dir geholfen oder anders gefragt, war es bei dir auch so, dass du dich geschämt hast und dass du das Gefühl hattest, irgendwie nicht richtig zu sein, irgendwie falsch zu sein, weil das vielleicht auch das ist, was dir in deiner Jugend, in deiner Kindheit mitgegeben worden ist? Und wie hast du das für dich geknackt? Wie bist du da rausgekommen? Wie hast du diesem Gefühl, das Gefühl gegeben, jetzt gehen zu können und wirklich zu dem Menschen zu stehen, der du bist? Weil es gibt ja in Wahrheit gar keinen Grund für die Scham. Das ist ja so oft das Spannende. Auch bei Opfern zum Beispiel von sexueller Gewalt ist es ja oft so, dass sie sich schämen, dass ihnen das passiert ist. Was ja so krass ist und deswegen da nicht darüber sprechen, weil sie das Gefühl haben, an ihnen wäre jetzt irgendwas falsch oder dreckig. Und ich finde das so schmerzhaft an sich schon, dass gerade dann diese Scham einen so blockiert, wirklich das zu tun, was eigentlich für einen selbst das Richtige wäre und zu sich selbst zu stehen. Absolut. Ich glaube halt bei mir als schwulem, als schwulem Jungen war es natürlich so, dass du relativ früh mitbekommst, dass es eben von der Gesellschaft, wenn überhaupt, nur toleriert, aber nicht wirklich akzeptiert wird. Also vor allem in den 80er und 90er Jahren. Alle Darstellungen von homosexuellen Männern im Fernsehen waren schrill oder sie hatten Aids und sind deswegen daran gestorben. Also das darf man ja auch nicht vergessen, dass in den 80er Jahren eben ja auch die Aids-Krise sehr, sehr stark war, dass sehr, sehr viele Menschen gestorben sind, dass die Politik sich nicht dafür stark gemacht hat, dass es als homosexuellen Krankheit abgestuft wurde und da einfach erst mal gar nicht gehandelt wurde. Und im Fernsehen hatte ich eben überhaupt niemanden, mit dem ich mich identifizieren konnte. Und wenn, dann wurde sich über diese Person darüber lustig gemacht. Und wenn du dann natürlich auch merkst, also meine Eltern waren nun überhaupt nicht homophob, aber wir hatten in meinem Dorf einen schwulen Metzger und das wurde immer schon, der schwule Metzger, das wurde immer schon geflüstert. Das heißt, ohne überhaupt zu begreifen, warum geflüstert wurde, merkst du ja, das ist nichts, worüber man offen spricht und es wird vor allem auch thematisiert. Also es wird ja auch nicht gesagt, ach guck mal, da ist ja die heterosexuelle Metzgerin, aber das wurde dann eben thematisiert. Und das finde ich dem dann auch so interessant, wenn ich jetzt heutzutage teilweise Nachrichten bekomme, habe ich jetzt schon länger nicht mehr bekommen, aber hatte ich eben auch schon. Ach, jetzt seit du dich geoutet hast, redest du nur noch über dein Schwulsein, jetzt stellst du deine Liebe so dar und jetzt muss man denn irgendwie über seine Hochzeit sprechen und so, wo ich mir denke, aber andere Menschen machen das doch auch. Warum darf ich das denn als schwuler Mann nicht? Also andere Menschen gehen doch auch ganz selbstverständlich damit um und diese Selbstverständlichkeit und dass ich damit ganz selbstverständlich umgehe, stößt dann trotzdem manchen Menschen auf und sie empfinden es als Selbstdarstellung. Und das finde ich schon irgendwie komisch. Und dann, glaube ich, braucht es erstmal sehr, sehr lange, diese Scham abzulegen und bei mir kam dann auch noch dazu, dass ich eben auch in meinem Teenager-Alter gemobbt wurde und das eben gleich von drei unterschiedlichen Gruppen. Das heißt, die hatten nichts miteinander zu tun und bei denen war ich eben die Schwuchtel. Ich wurde geschubst, ich wurde getreten, ich wurde einmal im Freibad so lange unter Wasser gehalten von einer Gruppe Jungs, dass ich gedacht habe, ich ertrinke. Und das heißt, da kommt nochmal ein ganz anderes Level von Scham dazu, nämlich nicht, dass man einfach nur mitkriegt, dass über seinesgleichen schlecht geredet wird oder abfällig geredet wird und Witze gemacht werden, sondern dass da eben auch noch Gewalt mitspielt und dass du um dein Leben vielleicht fürchten musst, um das jetzt so groß zu machen. Dass es gefährlich ist tatsächlich. Und das dauert einfach ganz lang. Und ich glaube, für mich war das dann eben so, ich bin ja auch, da habe ich auch in meinem Buch, was ich letztes Jahr veröffentlicht habe, auch offen drüber geschrieben. Ich bin auch von einer großen deutschen Tageszeitung mal geblackmailt worden. Also, wie sagt man auf Deutsch? Erpresst. Ich komme gerade nicht auf den Text. Erpresst. Ja, erpresst. Also es war keine richtige Erpressung, weil es wurde quasi von mir nichts gefordert. Aber denen wurden eben Fotos zugespielt und sie haben diese Fotos dann eben veröffentlichen wollen. Und ich war damals eben noch nicht geoutet. Man konnte auch nicht genau sehen, ob ich das war oder ob ich das nicht war. Und wir haben dann eine Anwältin eingeschaltet, die hat eine Unterlassungsklasse, quasi eingereicht und dann ist da nichts passiert. Es würden sich bestimmt genug Leute daran ergötzen, aber es gäbe genug Menschen, die woke sind, die liebevoll mit anderen Menschen umgehen, die das ganz, ganz schlimm finden würden und die mich, glaube ich, stärken würden. Und deswegen, ich habe keine Angst mehr. Ich glaube, so konnte ich die Scham ablegen, dass ich einfach gesagt habe, was soll denn passieren? Und deswegen kam dann auch das Outing. Weil wirklich, was soll passieren? Ich war an einem Punkt, wo ich gedacht habe, wenn ich als Schauspieler nicht mehr so viel arbeite und tatsächlich habe ich seitdem keinen romantischen Kitschfilm mehr gedreht, den ich eben davor sehr, sehr häufig angeboten bekommen habe. Dafür habe ich andere schöne Rollen gespielt oder habe durch meinen Aktivismus viele andere Sachen machen können. Aber ich glaube, man hat halt immer Angst, dass irgendwann alles zu Ende ist. Und vielleicht schließt sich eine Tür und dafür öffnet sich eine andere. Und ich glaube, dafür muss man einfach offen sein. Ja, superschön. Danke fürs Teilen. Das schließt sich dann so ein bisschen an die Frage, die ich auch stellen wollte, nämlich zu diesem Thema, dass wir oft in unserem Kopf das ja so groß machen und das so aufbauen, was passiert, wenn ich mich oute. Oder was passiert, ist ja auch egal, wenn wir irgendwie Angst davor haben, etwas zu sagen, wo wir nicht wissen, was die Konsequenz ist. Und dann machen wir das in unserem Kopf so groß und es wird immer schwieriger und immer schwieriger, anstatt es eben einfach zu tun, um dann festzustellen, der war ja gar nicht so schlimm. Also die Angst in unserem Kopf ist ja meistens viel, viel, viel größer als das, was in Realität passiert. War das auch deine Erfahrung im Nachhinein, dass du sagst so, ich hätte ja früher machen können. Also so im Sinne von, warum habe ich mir das selber so angetan, so lange in dieser Angst zu sein? Ja, aber ich glaube, also ich bekomme ja sehr viele Zuschriften von Menschen, die auch nicht sicher sind, ob sie sich outen sollen, ob sie sich vor der Familie outen sollen, ob sie sich im Job outen sollen. Und ich kann halt einfach jeder und jedem immer nur sagen, mach es in deiner Zeit. Also das bekomme ich teilweise auch zurückgespielt, dass mir Leute schreiben, du standst jahrelang nicht zu deiner Homosexualität, jetzt bist du seit fünf Jahren offiziell geoutet und denkst jetzt irgendwie, du bist der Homopapst. Ja, also so sehe ich mich übrigens auch überhaupt nicht. Aber dann kriegt man das so gespielt. Ja, also was gibt dir das Recht, dich jetzt zu schwulen Themen zu äußern, wo du doch so lange dazu geschwiegen hast? Und ich sage das nicht, um mich selbst zu rechtfertigen, aber ich finde, jeder oder jede braucht seine eigene Zeit oder ihre eigene Zeit und jeder Mensch hat eben auch einen Grund, warum er es eben nicht macht. Und ich hätte es, glaube ich, vorher einfach nicht hingekriegt. Ich hätte es nicht machen können, aber ich bin auch so ein Mensch, wenn ich zum Beispiel eine E-Mail bekomme, sage ich jetzt mal von einem Vorgesetzten, von einer Vorgesetzten von mir und die sagt, hey, wir saßen gerade in der Redaktionssitzung und da gab es so ein Thema, das hat mit dir zu tun und ich würde da gerne irgendwie heute Nachmittag um 16 Uhr mit dir drüber sprechen. Dann kannst du dir aber vorstellen, dass ich den ganzen Tag da sitze und denke, oh mein Gott, was habe ich falsch gemacht? Anstatt zu denken, vielleicht ist es ja was Positives. Also ich bin da schon immer so, dass ich immer als allererstes denke, oh fuck, was ist passiert? Und das liegt natürlich auch daran, und gerade in der Medienlandschaft habe ich sehr oft die Erfahrung gemacht, dass kleine Themen, die man in einem Zwei-Minuten-Gespräch hätte klären können, über Wochen teilweise hingezogen werden, weil dann ist irgendwie Person A im Urlaub, dann ist Person B irgendwie beruflich irgendwo anders und dann ist dieser Call irgendwie erst zwei Wochen später und du denkst einfach zwei Wochen lang, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann redet man miteinander und dann war das Ding einfach überhaupt keine große Nummer. Aber ich habe die Erfahrung gemacht und ich glaube, deswegen reagieren wir ja immer so, wie wir reagieren, weil das alles irgendwie verbunden ist mit irgendwelchen Erinnerungen oder Erfahrungen, die wir eben gemacht haben. Ja, total. Was würdest du sagen für jemanden, der oder die jetzt tatsächlich an diesem Punkt steht, auch homosexuell zu sein und sich outen zu wollen und vielleicht jetzt niemanden an der eigenen Seite hat, wie du deinen Mann hattest? Wie kann sich so jemand Hilfe holen? Was sind Dinge, die einen stärken können? Wie kann man da selber mehr ins Vertrauen kommen? Zeit ist natürlich ein Faktor, aber was kann man vielleicht noch tun auf mentaler Ebene, emotionaler Ebene, um einfach in diese innere Haltung zu kommen von ich bin gut, so wie ich bin und ich muss mich dafür nicht schämen. Und wenn ich es vielleicht einfach laut ausspreche, ergibt sich, wie du gesagt hast, eine ganz neue Tür, die ich vielleicht bis jetzt gar nicht sehen konnte, weil ich die ganze Zeit nur gegen diese Wand geguckt habe, wo irgendwie groß irgendwas draufsteht, was mir alle von außen sagen. Naja, also wenn man natürlich überhaupt niemanden hat, dem man sich anvertrauen möchte oder kann, finde ich das schon schwierig. Also es gibt natürlich diverse Zentren und Hilfstelefone, die man anrufen kann. Und ich glaube, bevor man gar niemanden hat, sollte man das auf jeden Fall machen. Man kann mir immer schreiben bei Instagram. Ich antworte auch, außer ich übersehe es jetzt mal. Aber ich habe wirklich einige Menschen, die mich immer wieder anschreiben. Und ich habe mich total gefreut zum Beispiel, dass sich eine junge Frau hat mir irgendwann mal geschrieben, am Anfang, als ich mich geoutet habe und hat gesagt, dass sie durch meinen offenen Brief halt sich jetzt auch als lesbisch geoutet hat. Mittlerweile lebt sie in einer Beziehung und macht gerade ihre Transition. Also es ist transident und also es ist ein Mann. Und das hat mich einfach so gefreut, dass sie quasi meine Worte oder meinen Weg genommen hat, um sich selber irgendwie auch zu finden. Aber ich glaube, es ist immer am besten, man guckt in seinem Freundeskreis, oder vielleicht auch in der Familie, ob es nicht irgendjemanden gibt, wo man ein gutes Gefühl hat. Oder wenigstens so ein bisschen Hoffnung, dass diese Person einen aufnimmt. Weil ich glaube, das ist mit am wichtigsten, dass man jemanden wirklich an der Seite hat, der oder die einen unterstützt. Was ich ganz spannend fand, was du gerade erwähnt hast, ist, jetzt nachdem du dich geoutet hast, dass es dann wieder Stimmen gibt, die dich bewerten, dass du dich geoutet hast oder die dann sagen, was hast du gesagt, du bist jetzt irgendwie der Homopapst oder so, im Sinne von, jetzt erzählst du allen, wie es geht. Also es ist so ein bisschen ja, so diese deutsche Kultur, finde ich auch, es gibt eine unglaublich krasse Erwartungshaltung in Deutschland, finde ich, wie jemand zu sein hat. Und es ist aber dann auch so spannend, dass diese Erwartungshaltung natürlich stark variiert, von bis quasi. Und dass es das ja auch manchmal unglaublich schwierig macht, es überhaupt richtig zu machen. Also eigentlich kannst du es ja nur falsch machen, so in dem Sinne. Wie gehst du damit um? Also wie gehst du auch mit dieser Erwartungshaltung, auch als Person natürlich des öffentlichen Lebens, damit um, dass von dir erwartet wird, wie du zu sein hast, was du zu sagen hast oder auch halt dann nicht zu sagen hast. Und dass einem das dann auch manchmal, ich finde es so krass, dass es einem manchmal dann auch mit so einer Haltung ja entgegengebracht wird, wo man manchmal denkt, so sage mal, also du weißt gar nichts über mich und sagst mir jetzt irgendwie, wie ich zu sein habe oder nicht zu sein habe. Und ich finde, das ist ein krass deutsches Phänomen. Also gefühlt für mich. In allen anderen Ländern, wo ich bis jetzt gelebt habe, ist es viel mehr so Leben und Leben lassen. Ja, wisst halt, wie du bist und mach was draus. Also wie gehst du mit dieser krassen Erwartungshaltung von außen um? Vor allen Dingen, wenn sie oft auch so ungerechtfertigt ist. Also wenn es so, weißt du, dass dann eine Meinung über etwas entsteht, was du sogar, was aus einer guten Intention kommt. Das finde ich halt oft dann auch so schwierig. Also ich glaube, wenn man einmal den Mund aufgemacht hat, und das habe ich eben, indem ich mich öffentlich geoutet habe und auch meine Geschichte erzählt habe, dann macht man den Mund auch einfach wieder schneller auf. Das hilft schon mal sehr, sehr viel. Und was vielleicht manche Leute nicht wissen, wenn zum Beispiel eine Zeitschrift rauskommt auf den Donnerstag, dann ist die ja am Tag vorher, liegt die schon in allen Redaktionen. Also die wird quasi mittwochs schon ausgeliefert, wenn sie donnerstags erscheint. Und als mein öffentlicher Brief im Sterne erschienen ist, waren dann quasi schon alle digitalen Seiten großer Tageszeitungen oder eben auch Zeitschriften voll. Jochen Schropp outet sich, bliblablub. Viele hatten aber diesen Brief noch gar nicht wirklich gelesen. Einige schon, andere nicht. Und dann gab es eben ein schwules Stadtmagazin. Und die haben tatsächlich, deswegen habe ich diesen Homopapst, ich selber hätte das überhaupt nicht in meinem Wortschatz, die haben damals geschrieben, Jochen Schropp ist schwul und der Papst ist katholisch. Und haben dann quasi irgendwie gesagt, dass ich jetzt versuche, mich da irgendwie wichtig zu machen. Und das wüssten doch eh schon alle, dass ich schwul bin und dies und jenes. Und tatsächlich habe ich nie ein Geheimnis aus meiner Homosexualität gemacht. Ich habe nie so getan, als wäre ich mit Frauen zusammen. Ich habe nie so getan, als sei ich hetero. Ich habe einfach sehr gut und clever geantwortet und habe mich einfach auf gewisse Fragen nicht wirklich eingelassen. Und ich war trotzdem hier feiern. Ich war in schwulen Clubs. Ich habe auch meine Partner immer vorgestellt und habe zum Beispiel auch auf Jobs immer gesagt, dass ich schwul bin. Also ich habe mich nie verstellt. Und dann habe ich diesem Chefredakteur von dieser Zeitschrift eben eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, dass ich mich doch sehr wundern muss, dass man sich doch eigentlich freuen kann, wenn jemand in die Öffentlichkeit geht und auch seine Geschichte erzählt und ob er denn mal einen Brief gelesen hätte. Und dann hat er gesagt, nee, nee, der wäre ja noch nicht draußen. Er käme erst morgen raus. Und dann habe ich gesagt, na gute Redaktionen bekommen halt normalerweise die Zeitschriften schon einen Tag vorher. Und er hat dann den Artikel tatsächlich revidiert, nachdem er meinen Artikel gelesen hat oder meinen Brief gelesen hat und hat sich dann auch bei mir entschuldigt. Aber ich glaube heutzutage, und das sieht man ja auch in den ganzen Shitstorms und wie das Internet, wie Social Media miteinander redet, man bekommt so Fetzen mit und dann positioniert man sich oder beziehungsweise man wird teilweise gezwungen, sich zu positionieren. Und dann quatscht man einfach drauf los und dann geht auf einmal eine Welle los und keiner weiß aber bei mir irgendwie, was wirklich passiert ist. Und das finde ich wirklich richtig, richtig schwierig und erschreckend und gefährlich vor allem auch. Also ich gehe da ganz stark dagegen. Ich meine, bei manchen Sachen, da lache ich es dann einfach nur. Also wenn mir jetzt irgendjemand bei Instagram eine Nachricht schickt, du ekelhafter Hinterlader oder sonst irgendwas, geh sterben, dann denke ich mir, ja, mein Gott, also du musst ein richtig schlimmes Leben haben. Mir geht es gut. Aber bei Sachen, wo ich mich ungerecht behandelt werde, gehe ich schon in die Offensive und versuche mich zu erklären. Und manchmal hilft es und manchmal bringt es eben nichts. Ja, super spannend. Das ist ja die Menschen und ihre Erwartungen, ja. Ja, aber wenn ich mir zum Beispiel so Vorreiter anschaue wie Riccardo Somonetti oder Menschen, die vielleicht dann nicht als heteronormativ gelesen werden, wie sehr die angefeindet werden und wie oder auch Menschen, die mehrgewichtig sind, wie sie immer wieder angefeindet werden, muss ich schon sagen, dass das echt an die Substanz geht und dass ich das richtig, richtig krass finde. Und es gibt ja viele Menschen, wie zum Beispiel auch Aminata Belli, die sehr, sehr viel Aufklärung gemacht hat, was Rassismus angeht, die auch irgendwann gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Content. Ich habe keinen Bock, mich ständig zu rechtfertigen, mich ständig zu erklären, ständig irgendwie in die Offensive zu gehen. Ich kann das einfach nicht mehr. Ich schaffe es nicht mehr. Ja. Was würdest du sagen, also du hast ja vorhin gesagt, nach deinem Outing haben sich Türen geöffnet, manche haben sich geschlossen, manche haben sich geöffnet. Wenn du jetzt auf dein Leben guckst, was würdest du sagen, hat dir das Outing geschenkt? Also was hat es dir gegeben? Welche neue Qualität hast du dadurch auch in deinem Leben bekommen und in deinem inneren Gefühl, wie du durch die Welt gehst? Mehr Ruhe, mehr Gelassenheit, mehr ich, also einfach mehr, also gar nicht egoistisch zu sein, sondern einfach das zu feiern, was mir Freude macht. Also keine Ahnung, ich mag das neue Lied von Miley Cyrus, dann stehe ich dazu. Ich mag vielleicht einen Film, der eine schwule Thematik hat. Ich spreche drüber. Also ich bin einfach viel mehr ich selber und ich habe keine Angst mehr davor, das eben auch zu zeigen. Und das ist einfach so befreiend und das kann ich einfach jedem Menschen nur empfehlen. Ich weiß, das ist so leicht gesagt und das war ja für mich auch ein langer Weg dahin, aber sich verstecken zu müssen oder jemand sein zu müssen, der man nicht ist, ist einfach richtig, richtig belastend. Und ich glaube, man merkt erst, was man gewonnen hat, wenn es soweit ist. Also ich habe auch immer gedacht, ich bin doch lässig und ich stehe doch zu mir und ich bekomme jetzt ganz oft immer noch Nachrichten, wo Leute sagen, boah, ich mache gerade beim großen Backen mit. Und da bin ich halt so, wie ich bin. Und dann sagen ganz viele Leute, hey, ich habe dich noch nie, auch wenn du natürlich teilweise unter Strom stehst, aber ich habe dich noch nie so entspannt gesehen und dass du so bei dir bist. Und natürlich habe ich jahrelang immer von außen auf mich drauf geguckt und gedacht, wie muss ich mich verhalten, um nicht als Schwuchtel abgestempelt zu werden, um nicht als Schwul gelesen zu werden und so weiter und so fort. Und diese Gedanken sind einfach alle nicht mehr da und die machen natürlich sehr viel Platz für Gedanken, die sehr viel wichtiger und schöner sind. Ich finde, das ist so ein guter Punkt, dass es uns so viel Lebensenergie raubt, die ganze Zeit zu versuchen, jemand zu sein, der wir nicht sind. Und das ist, glaube ich, das größte Geschenk, das wir uns dann selber geben können, das gehen zu lassen. Weil wie du sagst, ist plötzlich so viel Energie und Raum da für Gedanken, für Inspiration, dahin gehen, was wir eben wirklich leben wollen. Ich habe eine Frage, die ich all meinen Podcast-Gästen immer stelle. Und zwar, stell dir vor, du lebst noch ein ganz, ganz, ganz langes, unfassbar erfülltes Leben. Alles, was du dir wünschst, wird wahr und sogar noch mehr. Und irgendwann ist aber der letzte Tag deines Lebens. Und ich würde zu dir kommen und ich würde sagen, Jochen, tu mir leid, ist alles gelöscht worden. Alles, was du jemals gedreht hast, deine Podcasts, deine Bücher, alles weg. Okay, wurde alles gelöscht. Aber ich habe ein weißes Blatt Papier und einen Stift für dich und du kannst jetzt auf dieses weiße Blatt Papier drei Weisheiten schreiben. Wenn sonst nichts, was du jemals gesagt hättest, noch da wäre, was wären drei Dinge, die du aufschreiben würdest, von denen du dir wünschst, dass die Menschen danach leben. Oh Gott, jetzt wird es kitschig, aber ich habe ja eigentlich keine, ich habe jetzt keine Sprichwörter oder irgendwie sowas normalerweise, an denen ich mich entlanghangele, aber ich habe zwei, die mir sofort einfallen und ich weiß, die sind ein bisschen doof, aber irgendwie sind sie auch gut, finde ich. Das Leben mit dem großen Löffel essen, weil ich finde, dass wir uns ganz, ganz oft einschränken und dass wir uns immer wieder sagen, was wir alles nicht können oder wir kriegen eben von außen gesagt, was wir alles nicht können und ich muss mich manchmal auch so ein bisschen zurückhalten, weil ich manchmal das Leben mit einem zu großen Löffel esse und dann am nächsten Tag abgestraft werde, weil ich denke, shit, wäre ich doch mal gestern früher ins Bett gegangen, aber dann denke ich mir, es ist gerade alles so schön und ich werde so tolle Leute kennen. Das ist eben das, was ich dann in meinen Kapstadt habe, aber da kann ich dann am nächsten Tag halt auch bis um zehn pennen und habe dann vielleicht keine Termine. Aber ich finde, man muss sich das mehr, man muss sich das mehr, man muss sich mehr gönnen, wenn es denn geht und ich weiß, das ist leichter gesagt als getan, aber das sind auch die kleinen Sachen. Also das Leben mit einem großen Löffel essen bedeutet für mich auch, dass ich nachher, nachdem wir miteinander gesprochen haben, den nächsten Termin erst in zweieinhalb Stunden habe und ich mir gesagt habe und da laufe ich heute hin und da laufe ich heute 60 Minuten hin und es ist draußen wirklich, wirklich schön und entweder höre ich Musik oder ich höre mir einen Podcast an oder ich mache vielleicht auch einfach mal gar nichts in meinen Ohren und laufe einfach dahin, aber ich nehme mir diese Zeit. Das ist das eine. Dann, ich bin ein großer Verfechter von Zitronen, ich finde, Zitronen machen alles besser, aber manchmal sind sie eben auch ein bisschen sauer, aber wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade oder Margaritas, ich würde mich für die Margaritas entscheiden. Das sind eigentlich so die zwei Sachen und ansonsten würde ich halt wirklich sagen, sei nachsichtig mit deinen Mitmenschen, weil das ist mir einfach total wichtig und ich finde, das baut auch genau auf das auf, was wir jetzt eben die ganze Zeit besprochen haben. Ob das Shaming ist, also ich weiß nicht, ob du es gerade mitbekommen hast, aber es gab ja auch gerade eine Art von Slutschaming in einer deutschen Castingshow. Ich gucke das alles nicht. Ich bin, ich habe kein Fernseher zu Hause. Ich lese keine Nachrichten. Ich lese auch keine. Ich bin wirklich, es ist so schlimm bei mir, ich kriege gar nichts mit. Aber ich finde das, aber weißt du, ich finde das so richtig, wenn es denn geht. Also ich weiß, viele Leute würden vielleicht auch sagen, das ist ein Ignorant oder wie kann man sich nur mit der Welt nicht beschäftigen. Auch das bedeutet Kapstadt für mich, nicht mitzubekommen, was da draußen los ist. Natürlich lese ich, gewisse Seiten und update mich oder sowas. Aber ich gucke nicht jeden Tag Nachrichten. Ich lese nicht jeden Tag alles. Ich beteilige mich nicht an Gossip. Das gibt mir eine wahnsinnige Freiheit. Leider Gottes, aufgrund meines Jobs muss ich sehr oft immer tagesaktuell wissen, was gerade passiert. Und ich bin gespannt, wie das jetzt mit der, mit der, mit der neuen Sendung ist, weil die eigentlich weniger politisch sein sollte und mehr unterhaltsam. Aber trotzdem werden wir natürlich tagesaktuelle Themen, was bewegt Deutschland, irgendwie aufgreifen müssen. Und als sich das Frühstücksfernsehen sehr oft moderiert habe, habe ich gemerkt, dass mir das richtig krass auf die Seele schlägt. Jeden Morgen, also das ist dann eben auch so, man guckt als erstes beruflich, alle Medienmenschen gucken als erstes auf bild.de. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als sich jeden Morgen bild.de reinzupfeifen und diese ganzen schrecklichen, diffamierenden, bösartigen Überschriften. Und selbst wenn es mit dir selber nichts zu tun hat, ist es richtig, richtig, es ist ätzend. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie das jetzt mit der, mit der neuen Sendung für mich ist, wie ich das so wegstecke. Weil ich muss sagen, ich werde auch im Alter immer dünnhäutiger und ich habe keine Kraft mehr für diese Themen. Und da ist es richtig gut, dass man sich schützt. Und wenn du dich dadurch schützt, dass du eben nur wenig Nachrichten liest oder gar keine oder eben nur dich in deinem Kosmos auffällst, finde ich das absolut in Ordnung. Also es ist auch nicht, es ist nicht so, dass ich nichts mitbekomme. Man bekommt ja alles mit. Das ist es. Das ist ja das Interessante. Ich bekomme ja alles mit. Aber ich gehe nicht auf irgendeine von diesen Nachrichtenseiten, weil ich einfach weiß, mir tut es nicht gut. Und was mir nicht gut tut, warum soll ich mir das antun? Ich kriege trotzdem mit, dass jetzt gerade das Erdbeben in der Türkei und Syrien ist, natürlich bekomme ich das mit. Und natürlich unterstütze ich dann so gut ich kann. Aber ich muss mich auch selber schützen. Und ich kann ja der Welt viel besser dienen, wenn es mir gut geht, wenn ich in meiner Mitte bin und wenn ich mich positiv auflade. Weil das, was wir essen, nicht nur so essen, sondern auch mit unseren Augen essen, alles, was wir aufnehmen, macht ja was mit unserer inneren Welt. Und ja, deswegen, ich habe da vor sechs, sieben Jahren aufgehört. Also vor allen Dingen auch diesen ganzen Gossip-Scheiß. Also das ist für mich so was, deswegen, was auch immer da in dieser TV-Show war, sowas existiert gar nicht in meiner Welt. Dann erzähle ich es dir jetzt. Erzähl es mir! Erzähl es mir! Es gab eine Kandidatin bei, wir sprechen jetzt einfach so an, wie es ist, bei DSDS, was ja jetzt nochmal auferlegt wurde. Dieter Bohlen wurde zurückgeholt, weil man sich bei RTL dadurch höhere Quoten erhofft hat. Das ging nicht wirklich auf, was ich auch per se ganz schön finde, weil Dieter Bohlen einfach, glaube ich, kein guter Mensch ist. Und dort war eine Sängerin, die auch schon bei diversen Dating-Formaten mitgemacht hat. Und Dieter Bohlen hat dazu dann gesagt, aha, also du hast Abi gemacht und danach hast du dich im Fernsehen durchnudeln lassen. Und dieser Satz wurde reingeschnitten. Da würde ich auch von dir gerne wissen, ist das gut, sowas reinzuschneiden, um zu sehen und um vielleicht die Diskussion auch zu eröffnen, was geht und was geht nicht? Oder sollte man eine solche Passage rausnehmen, um den Zuschauenden, dem Publikum, besonders auch dem jungen Publikum, nicht vorzuleben, wie man jemanden slatschämt? Also ich, also der erste Impuls, der bei mir kommt, auch als Frau, es macht mich wahnsinnig wütend. Also es ist, und ich finde, es ist so degradierend, ihr gegenüber. Also allein das wäre für mich ein Grund, es nicht zu zeigen, weil es einfach herabwürdigend ist. Und ich finde, das ist halt eine Lebensmaxime, nach der ich lebe. Tu nichts, was du nicht wollen würdest, was dir angetan wird. Ja, also ich meine, das ist ja, tu doch einfach nichts, womit du jemand anderen herabsetzt. Ich gehe durch mein Leben und alles, was ich versuche zu tun in meinem Leben, ist Menschen zu erhöhen, zu gucken, okay, was kann ich tun, um dich zu erhöhen? Was kann ich tun, damit du dich besser erkennst, damit du dich ausdrücken kannst? Und du hast es ja gerade schon gesagt, es geht um Quoten. Also wenn wir ehrlich sind, das ist da reingeschnitten, weil es die Quote nach oben bringt. Nein, sie haben es dann für die, also die Folgen liefen quasi bei RTL Plus, also dem Streaming-Dienst von RTL, eine Woche vorher, waren die schon abrufbar. Dann gab es einen riesen Uproar, eine riesen Diskussion darüber. Und dann hat sich RTL entschieden, die Szene rauszuschneiden. Ah, okay. Im Fernsehen dann. So. Aber es war natürlich dann eben schon alles so groß. Ja, klar, es war schon alles da. Und Katja Krasawitze, die eben jetzt mit Dieter Bohlen in der Jury sitzt, hat ihn dann so ein bisschen enttarnt und entlarvt und hat jetzt eben gesagt, dass sie in sehr vielen Situationen wirklich sich auf die Zunge beißen musste oder ihn eben auch sehr oft quasi auf das, was er anderen Leuten angetan und gesagt hat, dann wirklich darauf angesprochen hat. Das wurde natürlich irgendwie alles nicht gezeigt. Aber sie hat ihn jetzt so ein bisschen vorgeführt und eben auch Bewusstsein dafür geschafft, dass man diese Sendung eigentlich nicht mehr gucken sollte. Und das, auch wenn man sowas rausschneidet, es ist ja trotzdem mit diesen Menschen passiert. Und A, was du gesagt hast, als Frau macht dich das wütend. Ich finde eben auch, mich hätte interessiert, wie hätte er auf einen Typen reagiert, der das gesagt hat. Hätte er dann gesagt, ja geil, also erst mal ein bisschen Abi machen, ein bisschen was fürs Brain und dann was für einen Schwanz. Also weiß ich nicht. Also das ist ja auch, wenn man als Mann irgendwie sagt, ja, ich habe drei Frauen die Woche oder sowas, dann ist man ein Frauenheld und wenn man das als Frau sagt, dann ist man eine Schlampe oder so. Ja, und ich finde das, jetzt weiß ich gar nicht mehr überhaupt auf dieses Thema, warum ich das jetzt aufgemacht habe, aber ich glaube, sei nachsichtig, sei nachsichtig, sei liebevoll miteinander und ich empfinde halt diese Wertung und finde ich als ganz, ganz schlimm und da sind wir gerade in Deutschland in einem Land, wo wir uns immer anhören müssen, wie wir zu sein haben, was wir anzuziehen haben und so weiter und so fort und da habe ich das Gefühl, dass es in vielen Ländern anders ist und das ist für mich auch in Kapstadt immer komplett anders, weil Leute dich da auch, die wollen dich hochheben, die freuen sich, dich zu sehen, die lassen dir die Vorfahrt, die lächeln dich an, die sagen dir und wenn man dann auch sagen möchte, was man ja oft über Amerikaner sagt, das ist dann oberflächlich oder so, aber ich stehe lieber im Supermarkt und habe jemanden hinter mir stehen, der sagt, oh, ich mag deine Shorts, die sind aber cool und man kommt in ein lockeres, nettes Gespräch, das ist mir tausendmal lieber, als in Deutschland, keine Ahnung, irgendwie blöd angebufft zu werden wegen irgendwas. Den Hassblick von hinten an der Kasse zu spüren, weil das ein bisschen zu lange gedauert, wie man die Sachen aus Band legt. Man kann das immer richtig spüren im Rücken. Und ich kann mich davon auch nicht freimachen. Ich muss auch sagen, jedes Mal, wenn ich nach Kapstadt komme, weil in Kapstadt, African Time ist einfach anders und das ist auch ein bisschen langsamer. Und wenn du in ein Restaurant gehst, was eigentlich ein Schnellrestaurant ist und du willst dir irgendwie schnell ein Rap holen, dann heißt das auch manchmal, dass du eine halbe Stunde auf diesen Rap warten musst. Wenn der hier in Deutschland innerhalb von zehn Minuten nicht fertig ist, dann bin ich auch am Anfang immer so ein bisschen unter Strom und da habe ich dann auch wieder einen Norman, der sagt, du weißt doch, wie es ist. In zwei Tagen bist du akklimatisiert, dann macht dir das auch nichts mehr aus. Du musst halt einfach auch mehr Zeit einplanen. Dadurch entschleunigt sich aber auch dein ganzes Leben, was natürlich auch wieder schön ist. Aber dieses Nachsichtige, das fehlt mir manchmal und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich ein schwieriges Verhältnis mit meiner Mutter habe, weil meine Mutter auch der Meinung ist, dass sie mir immer noch mit Mitte 40 erklären muss, weil sie ja meine Mutter ist, wie ich mich zu verhalten habe und was ich zu sagen habe und was ich anzuziehen habe und sonst was. Und ich habe ihr schon so oft versucht zu erklären, dass ich sowieso von außen ja immer schon diese Bewertung habe und dass ich das innerhalb der Familie und mit meinen Freunden einfach nicht möchte. Und wir hatten jetzt eine ganze Zeit keinen Kontakt und dann hat sie mich, kurz vor Promi Big Brother hat sie mir geschrieben und hat gesagt, hey, ich wünsche dir für die neue Staffel viel Kraft und dass Marlene und du viel Spaß hat, was ich wahnsinnig toll von ihr fand, weil sie hatte sehr viele andere Möglichkeiten, mir zu schreiben über das Jahr und das Jahr hat sie einfach nicht getan und hat auch auf mich nicht wirklich reagiert. Naja, und vier Tage später habe ich Geburtstag und dann gratuliert sie mir und schreibt dazu, aber eins muss ich mal sagen, deine Outfits gefallen mir gar nicht. Sorry, meine Meinung, Mom. Und dann habe ich halt zurückgeschrieben und meinte so, ey Mama, du kannst es einfach nicht lassen. Früher wäre ich sofort in die Offensive gegangen und hätte irgendwie Gegenargumente gefunden oder hätte da irgendwie eine Welle gemacht. Das mache ich mittlerweile nicht mehr. Aber ich habe dann einfach nur gesagt, du kannst es nicht lassen. Und dann hat sie geschrieben, ich werde ja wohl noch meine Meinung sagen dürfen als deine Mutter. Und dann habe ich gedacht, nee, eben nicht. Und ich finde, das müssen wir uns, und deswegen spreche ich auch drüber, weil ich finde ja auch, dass man ja eigentlich auch nicht über familiäre Dinge in Deutschland spricht, weil die Eltern stehen natürlich über allem, aber man muss einfach sagen, dass es viele Eltern gibt oder generell auch viele Freundschaften, die toxisch sind und wo man sich irgendwie von den anderen Leuten immer irgendwas anhören muss. Und ich finde das nicht in Ordnung. Frag doch lieber, stell doch lieber eine Frage, eine offene Frage oder sei wohlwollend oder halt auch einfach die Klappe, weil ganz ehrlich, was meine Mutter anhat, gefällt mir auch nicht immer. Und trotzdem würde ich es einfach nie sagen, weil es tut nichts zur Sache. Ja, total. Sorry, da rede ich mich dann selber immer ein bisschen. Nee, aber ich finde, du sprichst da auch ein super wichtiges Thema an mit diesen toxischen Beziehungen, die ja super viele Menschen einfach haben und auch diese Übergriffigkeit, die es dann oft gibt, wo Leute sich eben, da schließt sich jetzt wieder der Kreis zu den Erwartungen, wo ja deine Mutter in dem Fall auch eine gewisse Erwartung hat, wie du zu sein hast. Oder was ich anzuziehen habe oder sonst irgendwas. Ja, genau, genau. Und sich dann abzugrenzen, den Mut zu haben, sich dann abzugrenzen, ist so ein bisschen wie das Outing. Dahinter liegt so eine Freiheit, weil es dich eben auch wieder mehr zu dir bringt und man eben aufhört mit diesem ständigen People-Pleasing und die ganze Zeit nur versucht, irgendwie so zu sein, dass alle um einen herum happy sind, aber man selber nicht. Ja, und das ist aber trotzdem, ich finde es immer wieder interessant, wenn man wirklich auch ganz ruhig und ganz klar einfach nur seine, ich will gar nicht Meinung, dieses Meinung sagen, ist ja so ein bisschen überstrapaziert jetzt auch, aber einfach, wenn man in einer Situation ist und ganz klar seine Grenzen definiert, dass das dann andere Leute, die kommen überhaupt nicht darauf klar. Ja. Also die sind total geschockt, weil sie es so einfach nicht kennen. Aber ich finde das super, wenn man klar und deutlich seine Grenzen definiert mit einem Lächeln im Gesicht. Es muss ja überhaupt nicht böse oder gut erfüllt sein, aber es ist einfach wichtig, dass man für sich sorgt, weil andere machen es einfach nicht. Ich war gestern bei meiner Heilpraktikerin und die sagte eben auch, dass wir ja auch immer noch denken, die Ärzte handeln für uns. Wenn wir zum Arzt gehen, dann wird der Arzt dir sagen, was du alles Gutes brauchst. Das ist heutzutage einfach nicht mehr so. Egal, ob du Kassenpatient oder Privatpatient bist, die Ärzte und Ärztinnen sind alle so im Stress, dass du musst hingehen und musst sagen, was du willst. Und dann kannst du hoffen, dass der Arzt die Expertise besitzt, dir da zu helfen. Aber keiner sorgt sich um dich, wenn du es nicht tust. Ja, total. Eine Sache abschließend zu dem Thema toxische Beziehungen und Grenzen zu setzen. Was mir wahnsinnig dabei geholfen hat, ist zu verstehen und zu lernen, dass jeder Erwachsene selbst für seine eigenen Gefühle verantwortlich ist. Also ich bin nicht für deine Gefühle verantwortlich, wenn du dich verletzt fühlst, weil ich eine klare Grenze setze. Genauso wie du nicht verantwortlich für meine dann schlechten Gefühle bist, nur weil du mir eine Grenze gesetzt hast. Und ich finde, das ist auch so etwas, was wir Erwachsenen wieder lernen dürfen, dass wir einander zugestehen, dass wir selber mit unseren auch negativen Gefühlen lernen müssen, umzugehen. Du musst nicht dafür sorgen, dass es mir gut geht, sondern dafür bin ich verantwortlich. Und dass es wichtiger ist, dass du bei dir bis deine Grenze setzt und ich lerne damit umzugehen. Natürlich Prämisse, dass du mich nicht verletzt, böswillig oder so, sondern du bist bei dir, ich bin bei mir. Und ich finde, wenn man in diese innere Haltung kommt, dann hört auch dieses People-Pleasing auf, weil du bist dann an diesem Punkt, wo du sagst, okay, Jochen ist für seine Gefühle verantwortlich, ich bin für meine Gefühle verantwortlich und darin sind wir beide vollständig, ohne dann immer dieses umeinander herumtanzen zu haben. Aber es kommt natürlich, wie du gerade schon sagst, es kommt ganz klar auf die Art und Weise der Kommunikation an. Und ich hatte eine Situation mit meiner besten Freundin in Kapstadt, wo sie sich von mir nicht gut behandelt gefühlt hat. Und sie hat mir das aber auch nicht in der Situation gesagt, sondern erst am nächsten Tag, sodass es für mich auch schwierig war, überhaupt die Situation noch wirklich nachvollziehen zu können. Und dann sagte sie diesen Satz, ja, das ist den anderen auch aufgefallen. Und das habe ich halt auch in meiner Therapie gelernt, dass das ganz schwierig ist, andere Leute mit in eine Situation zu bringen, die man eigentlich mit einem anderen Menschen hat. Weil die, und man weiß ja dann auch nicht, ob sie sich das abgeholt hat oder nicht. Ob sie gesagt hat, guck doch mal, wie der gerade mit mir redet. Oh ja, das ist mir auch gerade aufgefallen. Nein, aber dass du wirklich immer von dir ausgehst und von dem, was es mit dir macht und dass du nicht irgendwie versuchst, da noch zu manipulieren und irgendwie zu sagen so, ja, der hat das auch gesagt. Und ich glaube, viele Menschen haben einfach auch nie wirklich gelernt zu kommunizieren. Ich habe dann mit ihr ganz ruhig gesprochen. Das war ein so schönes Gespräch, weil das ist meine beste, wird das meine beste Freundin seit 2007. Wir haben eine sehr, sehr lange, sehr, sehr innige Freundschaft und dann hat sie auch gesagt, hey, du hast absolut recht und das war einfach blöd und ich hätte mir gewünscht, ich hätte da auch anders mit dir drüber gesprochen und das sind ja dann auch die Momente, wo man sich in den Arm nimmt und dann einfach wieder sagt, krass, und jetzt sind wir in unserer Freundschaft wieder einen Punkt weitergegangen. Weil wir sind mittlerweile so, dass wir so vorsichtig miteinander umgehen, dass wir dann manchmal sogar Angst haben, irgendwas zu sagen, was uns stört, weil wir den anderen Menschen nicht verletzen wollen. Letzte Frage. Ach ja, ja. Was bedeutet für dich Spiritualität? Oh Gott, das ist auch eine große Frage. Spiritualität bedeutet für mich, wirklich bei mir zu sein, angekommen zu sein, glücklich zu sein, Dinge anzunehmen, ohne sie zu hinterfragen. Also ich habe über ein Medium oder über eine Medialität, weil Medium wohl negativ konnotiert ist, sagt man das wohl nicht mehr so gerne, habe ich Kontakt mit meinem verstorbenen Vater aufgenommen. Das war für mich die spirituellste Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe. Das hat funktioniert, da ist ganz viel aufgegangen für mich, auch eben in der Beziehung mit meiner Mutter, um mich da auch abzugrenzen. und seitdem habe ich das Gefühl, der ist immer da, weil er zum Beispiel auch sagte, damals durch diese Medialität hat er beispielsweise gesagt, ich weiß, dass du bisher selten an meinem Grab warst oder er ist in einem Friedwald beerdigt, also du warst selten an meinem Baum, aber das ist total egal, weil ich spüre deine Energie überall und wenn du an mich denkst, dann merke ich das und dann weiß ich das und seitdem habe ich meinen Vater super eng bei mir. In ganz, ganz vielen Situationen denke ich an ihn und verbinde mich mit ihm und so absurd sich das vielleicht für manche Menschen anhört, so wichtig ist das für mich geworden und ich habe eigentlich keine Religion, an der ich mich festhalte oder keinen Gott unbedingt, an den ich glaube, aber dass ich weiß, dass die Energie meines Vaters immer um mich herum ist und dass er derjenige ist, der mich stützt und der vielleicht auch mein Schutzengel ist, ist was, was mir seit diesem Gespräch, jetzt zwei Jahre her, wahnsinnig viel Kraft gegeben hat. Wow. Und das möchte ich nicht wissen. Danke fürs Teilen. Danke. Ich mache das auch ständig. Ich bin auch ständig nach oben in Kommunikation. Das ist das Beste. Ja, weil man aber eben auch etwas Konkretes, also für mich, obwohl es natürlich nicht konkret ist und ich ihn ja auch nicht sehen kann, ist es für mich weitaus konkreter, als an einen Gott oder eine Göttin oder eine Gottheit zu glauben. Für mich persönlich. Ja, mega schön. Zum Abschluss, magst du noch ein, zwei Worte zu deinem Buch sagen? Für alle, die vielleicht gerade an dem Punkt stehen, kurz vor Outing, Outing, für wen ist das Buch? Was bekommst du in dem Buch? Für wen ist das Buch vielleicht auch nichts? Was ist deine Intention mit dem Buch gewesen? Also die Intention war, einen Ratgeber zu schreiben und auch, muss ich auch sagen, es gibt ganz, ganz tolle Literatur mittlerweile. Als ich angefangen habe, dieses Buch zu schreiben, gab es noch gar keinen wirklich deutschen Ratgeber, der dich wirklich an die Hand genommen hat. Ich habe das Buch auch nicht alleine geschrieben, sondern ich habe es mit einer Diplom-Psychologin geschrieben. Das heißt, ich erzähle meine Geschichte und wie ich das jeweilige Thema wahrgenommen habe für mich, welche Erfahrungen ich gemacht habe und gehe dann aber auch noch ein bisschen spezifischer und tiefer in das Thema mit Miriam Junge, weil es mir eben wichtig war, dass ich ein Gesamtbild abbilde und nicht nur das, was ich erfahren habe. Trotzdem erzähle ich sehr, sehr privat und persönlich über meine Sachen. Das Buch ist für alle Leute, die in der Findungsphase sind. Ich bekomme sehr viel Rückmeldung, dass Leute sich eben in dem Buch wiederfinden. Es ist aber auch für Menschen, die vielleicht glauben, dass sie ein queeres Familienmitglied oder eine queere Freundin oder einen queeren Freund haben und das besser verstehen wollen. Es ist auch ein Buch für Menschen, die mit Queeren das überhaupt nichts zu tun haben. Aber wie du gerade gesagt hast, Scham ist ja nicht nur mit Homosexualität verbunden, sondern kann ja ganz, ganz viele andere Möglichkeiten haben. Und ich glaube, wenn man jemand ist, der sich weiterentwickeln will, der vielleicht Sachen in Relation sehen möchte und sich vielleicht auch besser verstehen möchte, dann ist das Buch genau das Richtige für dich. Wenn du jemand bist, der oder die schwarz-weiß denkt und nichts dazu lernen möchte und auch nichts dazu lernen möchte, wie man vielleicht heutzutage auch andere Beziehungen führen kann, dann solltest du das Buch vielleicht eher weglegen, weil dann bist du nur genervt davon. Megaschön. Danke. Danke, Jochen, für das superschöne Gespräch. Danke für deine Offenheit. Danke für deine Inspiration und all die Liebe, die du hier gerade raus in die Welt geschickt hast. Ich glaube, du hast damit ganz vielen Menschen geholfen, mehr bei sich selbst anzukommen und wirklich an sich zu glauben und manchmal auch die richtige Entscheidung zu treffen, selbst wenn es im ersten Moment die schwierigere Entscheidung ist, aber dass uns die Entscheidung am Ende die größte Freiheit gibt. Also vielen, vielen Dank für das unglaublich schöne Gespräch. Ich wünsche dir so viel Erfolg in diesem Jahr, wo ja so viele coole Projekte auf dich warten und für deine neue Sendung. Also ich danke dir und ich danke dir für deine Arbeit und ich gehe heute mit, also ich gehe gerade, ich bin gerade mega emotional, lustigerweise, dank dir und dank dieses schönen Gesprächs. Ich finde, diese Gespräche sind die Gespräche, die uns weiterbringen und dafür danke ich dir, weil ich werde nachher, wenn ich spazieren gehe, wahrscheinlich ganz oft noch mal an Sachen denken, die wir besprochen haben und gehe auf jeden Fall sehr erfüllt heute in den Tag. Also danke. So schön. Ich danke dir. Also dann genieß den Spaziergang raus in die Sonne, genieß die Berliner Sonne und ja, man sieht sich, man hört sich. Danke dir. Vielen Dank. Tschüss. Ich hoffe, dass du ganz viel aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest und ja, ein bisschen beseelter, inspirierter jetzt in deinen Tag gehen kannst und freue mich riesig, wenn du bei Instagram vorbeischaust, at lauramalinaseiler und mir deine Gedanken zu der Folge heute da lässt und wenn du tiefer in deine persönliche Weiterentwicklung einsteigen möchtest, in deinen spirituellen Weg einsteigen möchtest, dann komm so gerne ins Higher Self Home, denn da haben wir ganz viele unterschiedliche Monatsthemen, die dich wirklich darin unterstützen können, deinen eigenen spirituellen und persönlichen Weg zu stärken und den Link zum Higher Self Home findest du natürlich in den Shownotes und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, ganz viel Liebe zu dir, es ist so schön, dass es dich gibt, pass auf dich auf, halt immer deine Ohren steif und ja, ich denke an dich, ich umarme dich, lass es dir gut gehen und bis nächsten Mittwoch. Rock on und Namaste, deine Laura